Hallo YouTube, wie angekündigt hier das Review zur Reverb G2 von HP. Die VR-Brille haben wir jetzt einige Tage im Einsatz gehabt, haben sie getestet mit diversen Games, DCS, Half-Life, Alex, so die üblichen Verdächtigen. Wir wollen einfach ganz kurz und schnell, ohne hier groß rumzulabern, unsere Eindrücke, sage ich mal, schildern oder vorwiegend auch größtenteils natürlich meine. Ich habe die auch im Fokus getestet. Letztendlich muss man wirklich sagen, grundlegend, erstmal, was haben wir vielleicht für bezahlt? Wir haben die Reverb-Brille, sage ich mal, aus Spanien noch bekommen, zum Vorzugspreis, zum Vorbestellerpreis. Dafür gab es jetzt, weil die HP-Kollegen ja so lange hin und her geeiert haben, auch noch diesen Kickback von 50 Euro. Summa summarum hat es so ungefähr 530, 540 Euro gekostet. Wir haben die selbst nämlich angeschafft, kein Testmuster oder so. Letztendlich muss man wirklich sagen, dafür, wenn man den Preis eigentlich mal schon im Auge haltet, ist es auf jeden Fall gut. Ja, ich sage mal so, die Rift S, mit der, weil das auch schon im Folienvideo so ein bisschen anklingen haben lassen, die doch ein bisschen vergleichbar ist, wobei von den Spezifika nicht mehr wirklich. Vom preislichen, die Rift S am Anfang war ähnlich oder sogar noch ein Ticken teurer. Jetzt ist die Rift S, das hatten einige auch im Kommentar geschrieben, eine ganze Ecke günstiger, das stimmt so ungefähr 100 Euro. Dafür ist sie auch ein bisschen veraltet, aber nichtsdestotrotz. Manchmal sind die alten Sachen auch nicht die schlechten, muss man auch klipp und klar sagen. Hier haben wir schon einen Knackpunkt, auf jeden Fall die Controller. Die sind einfach zu mächtig. Es ist Mixed Reality zwar und da hat man sozusagen ein paar kleine Probleme oder Schattenseiten letztendlich. Deswegen auch dieser gigantische Ring hier oben mit den Licht-LEDs eingebaut, aber die sind nicht ganz so komfortabel wie zum Beispiel von Oculus Rift S. Die sind deutlich charmant da. Ansonsten kann man sich eigentlich nicht beklagen. Akkulaufzeit können wir noch nicht viel dazu sagen bzw. die Batterielaufzeit. Da soll man 1,5 Volt reinpacken, nicht andere sozusagen, dass die auch schön lange halten. Ansonsten kommt irgendwie der Sensor damit nicht klar. Das haben wir jetzt nicht ausprobiert, ob das wirklich so ist. Haben wir nur gehört von anderen Kollegen und Kolleginnen, die solche Probleme uns geschildert haben. Ansonsten was gibt es noch zum Headset zu sagen. Die Kopfhörer, ganz okay, die haben immer hier drunter. Das kann man mit einer Schraube relativ simpel lösen. Da sind zwei Kontakte, wo im Endeffekt dieser Bereich drauf liegt, so zwei Stifte und die müssen beide voll anliegen. Wenn die nicht anliegen und ihr habt Störungen, wenn ihr das so hin und her macht, dann müsst ihr die Schraube lösen und nochmal richtig anziehen. Das haben sie sicherlich beim Einbau oder beim Aufbau der ganzen Brille im Werk manchmal auch ein bisschen schlampig gelöst. Ansonsten ist die Brille relativ leicht. Ja, das ist okay. So vom Tragekomfort auch das Ganze haben auch schon viele gesagt, müssen wir nicht alles wiederholen. Ist sehr gut gemacht. Sieht ja eher so nach Hart-Schaumstoff aus oder so ein Spritzzeug. Im Endeffekt, was ultra hart ist, überhaupt nicht schön weich. Liegt auch gut an. Da gibt es ja schon diverse Upgrades sozusagen zu diesem Einsatz, dass man den sich selber mit einem 3D-Drucker im Moment druckt, die Maske, um den Pfaffwinkel, also den Viewpoint sozusagen, also wie breit man gucken kann. Das ist ja gerade das Spannende. Das ist bei den Standardeinstellungen, das stimmt auch wirklich, das sind nur 78 oder sogar weniger Grad, dass man sozusagen das breite Spektrum sehen kann. Das ist eben aufgrund der ganzen Sache ein bisschen, wie soll man sagen, begrenzt. Ja, das ist eben, weil es auch relativ dick ist, diese Maske, da kriegt man keinen größeren Field of View, sage ich mal, raus. Das ist immer ein bisschen ärgerlich, weil Brillen leben schon davon. Da hilft auch nicht die ultrascharfe Linse. Wenn ihr euch selber eine druckt, dann sind diese Masken auch deutlich kleiner. Also nicht ganz so tief. Ja, die ist ja nun super tief. Ja, hat deswegen ganz guten Komfort sicherlich, auch mit den Nasen oder Lichtschutz nach unten für die Nase ganz gut gemacht. Wie gesagt, nicht verkehrt, kann man auch gut lösen und letztendlich vollkommen okay. Man kann auch damit leben erstmal. Also wenn ihr jetzt DCS oder so spielt, wo vielleicht das nicht ganz so entscheidend ist, dass man mega Field of View hat. Man muss ja immer den Preis ein bisschen in Betrachtung ziehen. Sicherlich eine Primax, eine Valve Index, haben höhere Field of Views, muss man einfach sagen. Da sieht man das deutlich mehr in der Breite. Aber nichtsdestotrotz, das ist okay und man kann es upgraden. Also da sehe ich jetzt zum Beispiel gar nicht so den Kritikpunkt. Linsen sind auch gut. Das stimmt aber, dass in der Mitte der Effekt ist, dass es sehr scharf ist und am Rand sehe ich es auch, dass es nicht so scharf ist. Also das kann man wohl auch durch die Maskenoptimierung ein bisschen lindern sozusagen. Dann ist auch das in der Mitte alles ein bisschen schärfer, aber auch nicht optimal. Da fragt man sich immer, ob die Kollegen von AP ihre eigenen Produkte nicht wirklich mal aufgesetzt haben, weil diese Maske hätte anders sein müssen. Punkt. Ja, da braucht man gar nicht viel drum herum reden. Kopfhörer sind gut, haben wir schon gesagt. Man kann seinen Augenabstand auch wunderbar unten anpassen. Dafür hat das gute Stück sogar hier die Einstellung außerhalb, also nicht digital. Auch gut gelöst, einwandfrei. Was gibt es noch zu sagen? Ansonsten wir sind ja auch noch parallel auf der Homepage von HP. Design, Schulung, Gaming. Wir betrachten jetzt nur Gaming, dass die für Schulung und Design, da braucht man vielleicht nicht so einen großen Field of View sogar optimal sein kann. Ist okay, aber man sieht ja schon, Gaming ist eine Zielgruppe von HP. Das ist hier die offizielle Seite, also sollte es auch bitte gehen. Brauchen wir es nicht angucken, könnt ihr selber machen. Linsen, Auflösung, Auflösung, ja, pro Auge 2160 x 2160 Pixel. Das ist sicherlich eine 2,5 x hohe Pixeldichte wie Oculus Rift F, wird ja hier auch plakativ, sag ich mal, ins Marketing reingedrückt. Die Linsen sind sicherlich top. Da werden die Marktbegleiter von Lernen. Kann ich mir gut vorstellen, dass die nächsten Marktbegleiterprodukte ähnliche Qualität haben. Audio kann man nicht meckern. Wie gesagt, alles okay. Das kennen wir auch schon. Den IPD-Abstand haben wir auch schon gesagt. Controller ist klar. Also viel dazu brauche ich eigentlich gar nicht viel sagen. Ihr habt auch sicherlich euch schon über andere Kanäle darüber schlau gemacht. Was sind noch Knackpunkte? Das einzigste oder der Hauptknackpunkt ist natürlich die Konnektivität zu euren Computer. Da muss man wirklich sagen, das ist ein Problem, was bei HP, also gerade x570 Chipsatz, wenn ihr auch noch habt, sag ich mal, ein MSI Godlike. Wobei es ist plötzlich ein x570 Chipsatz und die neuen 5000er AMD Ryzen Prozessoren. Bei den 3000ern komischerweise haben wir nicht das Phänomen. Mit dem 3.8 ist die Konnektivität deutlich besser oder kaum Probleme. Es gab manchmal auch ein paar Konnektivitätsthemen. Aber mit den 5000ern, es hat anscheinend dann, sag ich mal, damit zu tun, mit dem Chipset, ob das über das Mainboard, die USB und USB-C Plätze, sag ich mal, ansteuert oder über den Chip. Viele haben gemunkelt mit PCI Express 4.0 hat das zu tun. Unser Testsystem hier, das ist komplett neu auf dem aktuellen Stand. 5950X mit dem Godlike x570 und alles auf PCI Express 4.0, auch die SSDs und so weiter. Deswegen, es gab da irgendwelche Hacks, dass man das auf 3.0 senken sollte, aber das ist ja nicht Sinn der Übung. Ich denke, aber auch durch Patches wird sich das Thema vielleicht ein bisschen relativieren, aber es dauert. Also Stand heute, wirklich massive Probleme, wenn ihr ein X570 und beispielsweise ein Reisen 5100 habt oder irgendwas anderes in der Art, dann wäre ich vorsichtig. Das kann die Freude trüben. Da könnt ihr noch so viel rumprobieren, wie ihr wollt. Die hat ja auch diesen schönen Stecker dabei oder diesen Adapter hier, das ist USB-C. Von Hause aus hat das Godlike zum Beispiel das X570 einen hinten dran. Der ging gar nicht. Und wir hatten ja schon im anderen Video gesagt, im Endeffekt der Onboard-Connector, wenn er da euch ein Kabel für holt und führt den raus, komischerweise der geht. Viele lösen das Thema auch mit einem 3.0 Hub, einem USB-Hub. Könnt ihr probieren, haben wir auch gemacht. Das ging komischerweise dann auch gut, aber fiel wieder aus. Das hat einfach ein bisschen, glaube ich, mit der ganzen Architektur da zu tun und mit den ganzen Treibern. Genau nachvollziehen wollen wir nicht, weil das ist ein Hersteller-Thema auf jeden Fall. Und da muss sowohl MSI wahrscheinlich mit X570 ein bisschen nachbessern als auch HP, weil mit Oculus gibt es das gar nicht. Das Problem ist da nicht vorhanden, mit der Valve-Index auch nicht. Von der Seite her fragen wir uns, was da schief gelaufen ist. Aber gut, das können wir jetzt nicht ändern. Wir wollten es euch nur kundtun und sagen, auf was ihr zu achten habt. Ansonsten die ganzen Vergleiche hier. Geht einfach mal auf der HP-Seite. Da seht ihr auch die Vergleichsindikatoren, die Bildschirme, wie groß die sind. Auflösung hatten wir ja schon gesagt. Das kann man alles sich selber mal zum Vergleich angucken. Wir wollen einfach nur das Fazit mit euch zusammenziehen. Fazit ist, Brille auf jeden Fall, sagen wir mal so, auf einer Skala, auf einem Notensystem von 1 bis 6. 1 das beste, 6 schlechte, also Schulnotenprinzip, ist das jetzt nur leider eine glatte 3 gewesen. Ja, eher sogar eine 3-. Befriedigend ist sie. Ja, sie hat, sage ich mal, in puncto Visualisierung sicherlich super Stärken. Da setzt sie auch einen neuen Standard, muss man sagen. Da ziehen die anderen aber 100% nach. Das Ding ist ja in Zusammenarbeit gebaut worden mit, sage ich mal, Valve. Die haben natürlich die Linsen nicht umsonst, sage ich mal, für HP gefertigt für die nächste Index. Die wird ähnliche Linsen kriegen. Kostet ja auch ein bisschen mehr, muss man auch sagen. Im Moment ist die von der Qualität der Linsen aber sogar besser als die Valve-Index. Also das ist einfach mal Fakt. Ansonsten, Field of View hatten wir auch schon gesagt, da müssen sie auch nochmal nachbessern. Das könnt ihr selber machen, wenn ihr einen 3D-Drucker habt oder euch was drucken lassen könnt. Ja, so sieht es erstmal aus. Viel länger wollen wir es gar nicht strapazieren. Deswegen so viel erstmal von uns zur HP Reverb G2. Stand heute sozusagen noch im Jahre 2020. Mal gucken, was 2021 bringt. Ob es da schnellstmöglich Patches kommen, Updates kommen. Aktuell gibt es vom MSI-Godlike noch keinen Patch in irgendeiner Hinsicht. Dass da was gemacht wird, kann ja auch sein, dass es am Mainboard, am Hersteller liegt. Weil wir haben gehört, mit Gigabyte X570 gab es weniger Probleme. Kann vielschichtig sein. Aber ich denke mal, HP ist da die erste Fehlerquelle, die man antriggern muss. Und wir gucken mal, wann es da irgendwelche Updates gibt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ansonsten wünschen wir euch erstmal einen guten Rutsch ins nächste Jahr und hoffen, dass nicht nur die Brille besser wird, sondern auch der ganze andere Umstand. Und dementsprechend Surround Gaming erstmal draußen. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.